Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 35.200 US-Dollar. Wir haben gestern einen neuen Pump nach oben hingesehen. Es ging in der Spitze bis auf knapp 35.900 US-Dollar. Dieser Move ist sehr wahrscheinlich durch Bitcoin-Spot-Käufe getrieben worden. Gestern Abend soll es eine Transaktion von 37 Millionen gegeben haben, was den Kurs natürlich deutlich aufwendig gegeben hat. Leider wurde unsere Long-Position nicht abgeholt. Ich werde euch gleich nochmal zeigen, wie knapp es wieder war. Ich habe es gestern schon in der Telegram-Gruppe gepostet. Leider nicht abgeholt. Ansonsten, ja, Ethereum weiter im Aufwind, Bitcoin im Aufwind, die Altcoins im Aufwind. Schauen wir uns auf jeden Fall jetzt alles mal im Detail ein bisschen genauer an, bevor wir jedoch starten. Video und Like da lassen, Abo da lassen und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Außerdem gerne bei meinem Partner, also BingX, anmelden. Dort könnt ihr Forex, Krypto, Stocks, alles traden. Wenn ihr Bock darauf habt, Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Es gibt momentan wieder so eine kleine Glücksrad-Aktion, wo ihr teilnehmen könnt, wo ihr auch Trial-Funds etc. pp. gewinnen könnt. So, und damit aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 35.200 US-Dollar. Wir halten uns relativ stabil. Wie gesagt, wir hatten gestern 37 Millionen Spot-Kauf. Wir hatten dann auch unseren Abverkauf zuvor bis auf 34.521 US-Dollar. Und wenn wir hier mal in den 1-Stunden-Time-Frame reingehen und uns das angucken, die Long-Position wurde hier, ja, um, ich sage jetzt mal, 50 Dollar nicht abgeholt. Das war gestern der Plan gewesen. Ich habe gestern gesagt, der WIG würde aber wie immer gerne davor reingehen. Plus unser Abtrend ist hier auch noch. Wenn wir uns jetzt natürlich den Abtrend ein bisschen weiter hochziehen, hätten wir einen perfekten Retest gehabt. Und, ja, aber je nachdem, wie ihr die WIGs verbindet oder nicht, kommt immer was anderes raus. Hätten wir es jetzt so verbunden, hätten wir gesagt, okay, perfekter Entry hier. Dann hätte er die Linie getroffen, bla, 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 etc. pp. Im Nachhinein ist man immer schlau. Auf jeden Fall wurde diese Position nicht abgeholt. Deswegen ist dieser Weg jetzt erstmal hinfällig. Ich gehe trotzdem davon aus, dass diese Bewegung noch weiter nach oben hin stattfindet. Jetzt erstmal dieser impulsive Move auf eben, oder aufgrund eben dieser Spot-Käufe, die wir hatten. Und wichtig wird jetzt einerseits, wir haben kein höheres Hoch gebildet. Wir haben nicht mal das Hoch hier oben getroffen. Das heißt, wir haben noch kein höheres Hoch. Wir haben noch keinen richtigen Trendwechsel hier gesehen. Die Range ist weiterhin intakt. Wir versuchen diese gerade zu testen. So, wenn wir jetzt unser Fit-Level ziehen von unserem Pump-Begin bis zu unserem Top, schauen wir uns mal hier nochmal an, wird jetzt sehr, sehr entscheidend sein, wie die Marke von 35.000 US-Dollar reagiert. Zuletzt immer wieder als Widerstand agiert diese Marke. Auch die Tage zuvor. Wir hatten keinen richtigen Close da drüber, keinen 4-Stunden-Close da drüber. Deswegen wird es sehr interessant zu sehen sein, wie der Kurs genau hier unten eben reagiert. Wir hätten noch eine kleine Ineffizienz. Das heißt, wir könnten kurz einen Fake-Move in Richtung 34.850 erwarten. Dann muss aber hier wirklich die Liquidität reinkommen und der weitere Move nach oben hin folgen. Ansonsten könnte der ganze Move von gestern wirklich nur ein Fake-Out gewesen sein. Es gab irgendwie auch News, Hongkong, Bitcoin, ETF und sowas. Alles schön und gut. Trotzdem, charttechnisch müssen wir auf jeden Fall diese Marke hier zwischen, ich sage es mal, 34.850 und knapp 35 US-Dollar auf einem 4-Stunden-Basis halten. Weil, wie gesagt, Ineffizienz sich hier gebildet hat. Wir hatten ein schönes Void, was auch noch hier im Endeffekt sich auch noch gebildet hat. Wir hatten einen schönen Retest unserer Trendlinie. Sollte dieser jetzt Stand halten, gehe ich weiterhin davon aus, dass wir hier Richtung mindestens 36.000, wenn nicht sogar Richtung 38.000 bis 40.000 US-Dollar diese Bewegung weiterhin fortsetzen. Es gibt momentan keine bearischen News. Funding hält sich sogar meiner Meinung nach immer noch in Grenzen. Also wenn wir das zum Bullrun vergleichen, ist das noch ein feuchter Dreck dagegen. Wenn wir mal die XY angucken, der hat sich gestern ein bisschen erholt. Hat man natürlich auch im Kryptomarkt gesehen. Krypto ging ein bisschen runter, hat sich dann aber wiederum gesagt erholt. Also die XY momentan ein bisschen auf Erholungskurs, Gold am Dampen. Also hier momentan aber auch keine richtigen Impulse. Deswegen, wie gesagt, das ist jetzt erstmal der Weg. 34.000 bis 35.000, von hier aus möchte ich dann die Reaktion nach oben hin sehen. Gegebenenfalls können wir hier nochmal mit einer neuen Long-Position rechnen. Aber wie gesagt, da müssen wir dann erstmal gucken, was dann im Endeffekt auch zu Börsenbeginn passiert. So, gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es dort aus? 1.870 US-Dollar. Wir hatten gestern auch hier einen Pump in Richtung 1.906 US-Dollar. Perfekter Hit ins Golden Pocket, wo wir gestern darüber gesprochen haben. Sollte diese Zone halten und die hat gehalten. Auf einen 1-Stunden-Timeframe perfekter Hit des Golden Pocket sogar zweimal. Liquidität darunter abgegrast. Pump nach oben. Kein höheres Hoch erzeugt. Das ist die ganze Sache, was mich jetzt auch hier ein bisschen schutzig macht. Gleiches Spiel wie bei Bitcoin. Kein höheres Hoch. Nur diese Reaktion eben ist mir momentan ein bisschen zu wenig. Aber wie gesagt, momentan ist alles noch im Griff. Wir haben dadurch auch eine neue 1-Stunden-Demand-Zone gebildet. Die können wir mal hier einzeichnen. Das heißt, neuer Support in Richtung 1.868 bis ca. 1.858. Die Marke gilt sie zum Blick behalten. Sollte auch diese dann durchbrechen, sieht es meiner Meinung nach ziemlich bearish aus. Und wir können wieder hier in Richtung 1.750 US-Dollar erstmal längerfristig traden. Ansonsten kurzfristiger Zwischensupport würde dann hier bei ungefähr 1.830 US-Dollar liegen. Also könnte heute ein spannender Tag werden. Auch einfach um zu sehen, ob es hier wirklich um ein Fake-Out gehandelt hat. Wir sehen auch jetzt hier gerade bei Ethereum, wenn man das mal so ein bisschen einzeichnet, dass wir so ein kleines Rounding-Top bekommen. Gefällt mir jetzt auch nicht wirklich gut. Aber müssen wir, wie gesagt, mal ein bisschen im Blick behalten. So richtig überzeugt bin ich gerade noch nicht von dieser Bewegung. Auch wenn wir gestern diesen 37-Millionen-Spot-Kauf hatten. Alles schön und gut. Aber die Bewegung muss auf jeden Fall nachhaltig sein. Ansonsten gibt es wenig zu berichten. Chainlink nochmal ganz kurzer Blick. Pump weiterhin nach oben. Wie gesagt, ich habe es gestern im Video gesagt. Die Marke von 16 Dollar wäre so erster Take-Profit, wo ich überlegen würde. Ansonsten mache ich derzeit hier noch gar nichts. Und ja, später kommt auf jeden Fall noch ein kleines Altcoin-Update-Video. Da auf jeden Fall am Ball bleiben. Das kommt denke ich so um 12, 13 Uhr. Werde ich euch auf jeden Fall eine Telegram-Gruppe benachrichten. Ich denke, ansonsten gibt es nichts zu erzählen heute Abend. Kann ich noch nicht hundertprozentig sagen, ob wir Livestream machen. Ihr hört es noch an meiner Stimme. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Schauen wir mal, ob wir es durchziehen. Ich werde euch den Link auf jeden Fall eine Stunde vorher reinschicken. Ansonsten heute 19 Uhr würde ich mich auf jeden Fall riesig darüber freuen, wenn es klappt. Und ja, das war es von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Wenn es irgendwas gibt, wie gesagt, Telegram, Talk und Signal-Gruppe reinjoin. Das war es von mir. Ich wünsche euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Bis später auf jeden Fall. Ciao, ciao. Und wie immer, stay cool.